Willkommen bei Mr.Hilo Nummer wäre das. Würde mir wirklich viel bedeuten. Danke dafür, wenn es funktioniert, weil wir können hier derzeit leider nicht streamen und laufen da. Der arme Junge. Das war hier gerade so interessant. Ja, ne, ihr würdet uns was behelfen. Wir dürfen derzeit ja leider nicht streamen, weshalb es mir natürlich sehr viel bedeuten würde, wenn ihr ganz, ganz, ganz cool mal ein Abo reinpresst. Das wäre nice. So, und wir gehen mal weiter und gucken mal, wo eigentlich dieser komische Saw Gerrera jetzt hin ist, den man ja zum Beispiel... Oh, da kommen wir ja nicht durch. So, muss der Mann am Ende des Grabens sein. Diesen Weg jetzt gerannt ist. Als ob. Vielleicht ist dir irgendwas, das hilft. Irgendwas, was fehlt. Was ist da? Wer leuchtet da unten? Strange. Aber ja, hier ist auch noch ein Weg. Die Werkbank da drüben. Vielleicht liegt da was. So, wenn man liebt, dass du mir versuchst zu helfen. Wo geht's denn hier? Ne, warum nicht. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Der kleine ist echt süß, muss man wirklich sagen. Wuuu. Wow, 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 wow. Stopp. Alter, was ist das denn? da hat die mich jetzt erschreckt ein ich bin wie schock äh Wieso gehen? Ah, hier. Versuchen wir es. Aber was bedeutet das jetzt? Kann ich jetzt das hier so machen, oder? Ja, aber das kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Ich will ja eigentlich da rüber. Kann man im Endeffekt, aber wo klettern? Ne, aber wo gehst du hier noch ran? Schon wieder, das kann man noch nicht... Aber da kann man jetzt überladen. Auf der Abkürzung haben wir hier. Aber wie komme ich jetzt da rüber? Kann man das vielleicht... Kann man das überladen? Ich brauche hier etwas Hilfe. Kann man das überladen? Kann man das? Ah Ja, kein Stromschluss hier rein Gut, machen wir nochmal, gehen wir das da erst lang Geh mal einfach hier rechts lang Beziehungsweise, da kommen wir jetzt her Ganz kurz, das müssen wir jetzt so oder so mal schnell Ah, das geht jetzt so schnell nicht mehr Oder geht das doch? Ne, wahrscheinlich Sonst hätte ich dann diese Tür mal überladen Das ist ein schöner Planeten, würde ich sagen So schön, dass ich einfach irgendwelche Tiere zerstöte Feuerviecher zu sein, Flammenkäfer, ja Aber hallo ist hier irgendwie, Edi Hey Vor uns liegt eine imperiale Harz-Raffinerie Eine Harz-Raffinerie, also wir versuchen hier Baumharz herzuholen Eine Substanz her Und wollen die Produktion hochfahren Wir müssen sie aufhalten Das ist der Plan Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt Wir haben eine Karte, die das beweist Hier, Kumpel Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung Während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium Verstanden Pass auf dich auf, da drin Uh, epischer Abgang hier Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe Komm, komm, hey Okay, also ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch Neues Ziel, Holokarte anzeigen Also nach drüben ist auf jeden Fall Da geht's los scheinbar Befreie die Wookies, ist unsere Mission Fangen wir erstmal an, so eine Kacke hier zu machen Jutti, Jutti, dann wieder irgendwelche Flammenkäfer Lästige kleine Biester Das ist also die Harzfabrik Ich bin gespannt, auf jeden Fall meditieren wir kurz mal Aber, hallo Äh, wir machen natürlich direkt mal Fähigkeitsbaum, was eh schon können Und schau mal direkt, ob wir hier oben noch was haben Was haben wir hier? Sprinteres an Halte L3 und Viereck Ja, machen wir noch das, das mach ich so oder so schon die ganze Zeit Und da passiert aber nichts Ja, sowas habe ich mir vorgestellt Wunderbar Und auf jeden Fall, bevor es natürlich losgeht Ruhnen wir es nochmal ganz schnell aus Füllen nochmal unser Leben voll Und da geht's los Wir machen noch ein bisschen Ich denke mal bis wir eine kurze Phase haben In der mal ein bisschen Bisschen Ruhe ist Wir gucken uns jetzt aber erstmal an, wo wir überhaupt denn langen müssen Ahja Boing Da drüben Einer der Cutter läuft Ist das vielleicht Der Jedi ist hier Habs gehört Köpfe runter, ich schieße jetzt Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi Okay Stopp, aber hier oben, da ist doch irgendwas Was ist das hier? What... Dies Ein Echo Auf jeden Fall Geh mal alles mitnehmen Im Kampf gegen das Imperium verstecken sie sich hier Wie man das vorher nicht gesehen hat Ich find das absolut krank Man sieht dann plötzlich Etwas Urplötzlich, find ich Hallo Achtung, an alle Einheiten Sie haben gerade eben den Kontakt zur Brandstation 119 Rack verloren Ich bin fertig mit dem Ja, warte ich muss noch kurz machen, den kommt man noch gerade, das kommt man noch gerade scannen Warum kann ich den jetzt nicht mehr scannen Warum kann ich den jetzt nicht mehr scannen Aufmachen Hiermit bestätigt Er ist getroffen Ich krieg das hin Halt, ich muss noch mal verhindern Boah, die Musik ist aber, ey, die pumpt richtig Jetzt können wir jetzt scannen Das ist ein Imperialer Droide Den wollen wir schon noch scannen hier Der Astromech Droide Dann haben wir das nämlich auch gemacht Was geht hier noch? Passiert hier noch was? Nein, da nicht mehr Sind noch ein Eingang irgendwie Passiert hier noch was? Ne, okay Gut, also wir können weiter Äh, Imperialer Droide Boah, aber diese, diese, diese Dieser Tunnel hier Gott, der hat Spaß gemacht Oh, 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 oh ich kümmer mich darum so ein trockler habe ich noch nie gesehen du musst die wo ich da rausholen was da noch ist weil da hinten so hallo da hinten so noch so sachen was hat er hier gemacht hat er das jetzt aufgemacht oder was näher denn ich also wir müssen sogar okay doch der würde sich hier durchgehen ach verflucht das ist die abkürzung nicht falsch habe nee 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 ich werde mal ganz kurz hier was müssen wir machen was gerade ist jetzt hat das ist nur meditierungsposten das ist ja langweilig hier brauche ich nicht ich dachte das ist hier was wichtiges ich dachte da ist ein erinnerungs point aber wenn das so ist dann gehen wir natürlich schnell sorge wieder helfen dann werden aber gleich die folge beenden leute und dann geht es gleich mit richtig viel schöner action wieder weiter ich hoffe das wird eine geile folge nächste folge die folge hat mir schon unfassbar vor allem kashik ist auch ein ort der mir ziemlich gut gefällt eng wach gredy wir müssen das ding öffnen ein aufständischer alle verbündeten einheiten am boden muss doch eins kennen hier das ist das flammentruppler sehr schön wir haben ja aufgemacht gut wir nutzen kurze kunst der stunde hier bei dieser kiste leute es hat mir sehr 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 viel spaß gemacht auch in dieser folge wieder mit euch gemeinsam star wars zu zocken es ist ein geiles game es macht einen heiden spaß ja wir sehen uns einfach in der nächsten folge wieder wenn ihr wollt wird uns unfassbar weiter wenn ihr ein kleines abo und ein kleines like da lassen würde dank schon mal im voraus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag macht's gut bis dann und tschau und tschau und tschau und tschau und tschau und tschau